Wie ist die Lernkurve durchlaufen? Wir sind da eine Lernkurve durchlaufen. Wir hatten bei der Produktentwicklung vor etlichen Jahren eine zentrale Forschung. Also eine Organisation, die genauso ein bisschen über den Tellerrand rausgucken konnte und nach neuen Produkten, die eben nach Lösungsansätzen fahren könnten. Die zentrale Forschung haben wir in die einzelnen Business-Unit aufgeteilt, weil wir eben näher an dem Markt sein wollten. Und damit haben wir relativ viel an diesen Schnittstellen, die für uns wichtig waren, eben zerstört. Und es ist ganz banal, wenn Leute nicht mehr zusammensitzen und sich am Klo oder in der Kantine oder sowas über tägliches Leben sozusagen im Job unterhalten können, dann kann einiges zerstörend werden. Das haben wir identifiziert, dass das ein Problem bei uns war und haben relativ viele Kampagnen jetzt renonciert, um darüber dann auch hinwegzukommen. Beispielsweise, indem wir Projekte bereichsübergreifend ausgelobt haben. Und zwar in dem Sinne nicht, dass wir sagen, arbeitet auf dem Projekt, sondern Leute kommen mit einem Projektvorschlag, der jetzt auch über verschiedene Grenzen hinweggeht und ihr bekommt von uns die Finanzierung. Was sehr, sehr erfolgreich war, wobei sehr, sehr viele interessante neue Produktlösungen jetzt keine Anbett-Need, sondern wirklich Produktlösungen gefunden haben, die uns wirklich auch als Entscheidende vorangebracht haben. Das war eine gute Erfahrung, über solche Kampagnen was zu machen, was aber sehr, sehr viel Push bedeutet, wo man sehr, sehr viel auch sowohl an Management-Commitment und auch Organisation sozusagen dahinterstecken muss, damit sowas erfolgreich werden kann. Das war eine gute Erfahrung, über solche Kampagnen, wo man sehr, sehr viele Kampagnen hat.